Unser heutiges Thema, Einsamkeit in der Krise. Und mein nächster Gast ist jemand, den Sie natürlich alle kennen. Er moderierte über Jahre das TV Schlacht aus Wetten, dass, wo auch ich die Ehre hatte, die Sendung zu einem Abschluss zu bringen. Er selbst sagt nun in der Corona-Krise, so eine Situation kenne ich nur aus Kalifornien, in der Zeit der schlimmen Waldbrände. Was er damit meint, wird er uns gleich erklären. Zu Gast heute Thomas Gottschalk. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Servus, guten Abend. Thomas, bist du eigentlich froh nun in Deutschland zu sein und nicht mehr in Kalifornien, was ja schließlich zum Hochrisikogebiet erklärt wurde? Und auch angesichts dieser Szenen, die man da jetzt so sieht? Ja klar, wäre auch blöd. Also mein Haus in Malibu ist ja, Gott sei Dank muss man heute sagen, vor zwei Jahren abgebrannt in Schutt und Asche. Also noch dazu kommt, dass meine neue Partnerin ja aus Deutschland kommt und ich deshalb ohnehin öfters in Deutschland bin und die Krise von hier aus erlebe. Ja, das ist natürlich hier auch ein ganz anderes Gesundheitssystem. Ganz klar. Thomas, sorry, dass ich dich unterbreche, aber weißt du, wie es Thea geht? Ist die noch drüben? Ja, das ist natürlich blöd für Sie. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt in New York. Na ja, kann man nicht machen. Thomas, du hast neulich in einem Interview des Stern einen interessanten Satz gesagt. Du sagst, du kannst nachvollziehen, wie es Menschen in dieser Krise geht und du hast den Vorteil, sowas schon mal durchlebt zu haben in Kalifornien. Kannst du das mal beschreiben? Was ist der Gedanke dahinter? Wie meinst du das? Na ja, es gab und gibt in Kalifornien ja jedes Jahr immer Waldbrände und ich erinnere mich 2000 und ein paar zerquetschte, weiß nicht mehr genau, da gab es Ausgangssperren. Und da saß ich und Thea in unserer Villa in Malibu und wir wussten nicht so recht, was mit uns anzufangen. Entweder im Pool abhängen oder auf dem Pazifik lotzen. Thea guckte immer deutsches Fernsehen, ich amerikanische Talkshows und samstags ging ich dann immer zum Einkaufen. Und einmal stehe ich an der Kasse in so einem Baumarkt, wie viele Männer heute, da gab es immense Schlangen. Und dann denke ich mir, den Mann vor dir kennst du doch. In Malibu haben ja viele Hollywoodstars ihre Villen. Das ist doch der Bruce Willis. Lass mal ganz kurz, wow, ganz kurz, ganz kurz. Du sagst, der echte Bruce Willis? Und zwar dazu noch im feinen Ripp Trägerhemd. Wahnsinn, das ist ja, das ist ja unfassbar. Sah ein bisschen verlaust aus, ein bisschen verschmiert, als hätte er gerade die Welt auf dem Wolkenkratzer gerettet. Und dann sag ich zu ihm, ja, und dann stupse ich ihn an und sage, Mensch, Bruce, du hier. Und ich kannte ihn ja von Wetten, dass. Und dann sagt er glatt zu mir, wer bist du? Und ich sag noch, Bruce, du warst Gast bei mir bei Wetten, dass. Und hast deine neuesten Filme vorgestellt. Und hast doch der Michel Hunziker auf den Busen gegrapscht. Und dann sagt er, I don't remember. Thomas, ich unterbreche ungern meine Gäste. Ich meine aber auch, und deswegen grätsche ich gerade so dazwischen, dass Bruce Willis bei mir Gast war. Und zwar 2013. Und dass er aber neben Alice Schwarzer gesessen war. Ach, weißt du, Markus, Shakira hat schon mit mir gebusselt. Da warst du beim Milchtrinken in Südtirol. Bruce war bei mir in der Sendung. Da warst du mit der ollen Schrowange zusammen. Und wusstest gerade mal auf der Landkarte, wo Hollywood liegt. Thomas, da machen wir einen Faktencheck, versprochen. Aber egal. Eine irre Geschichte. Ich möchte das gerne nochmal zusammenfassen. Du gelangweilt, einkasaniert, nur zum Einkaufen mal raus. Und dann dieser Schock. Wie ging es dir in dieser fast schon absurden Situation? Da fühlst du dich dann schon wie das einsamste Schwein in der Welt. Und du fragst dich dann schon, was hast du eigentlich die ganzen Jahre gemacht? Ich war ja nicht umsonst Deutschlands beliebtester Showmaster. Hatte die ganze Welt auf der Couch. Von Gaddafi oder Saddam Hussein mal abgesehen. Bei mir waren alle Shakira, Backstreet Boys, Cher, Tom Jones, Madonna, Michael Mittermeier, der Papst. Tommi, das kann ich total verstehen. Ein Wahnsinn. Unfassbar eigentlich. Deswegen grätsche ich da gerade so dazwischen. Vor zwei Monaten, also zu Beginn der Krise, war ich in Bozen in Südtirol beim Einkaufen. Und dann gehe ich zur Post, um mein Einschreiben abzuholen mit einem Ausweis zur Identifikation. Und dann sagt der Schalterbeamte, er könne meinen Namen nicht lesen. Und ich sage dann, ja kennen Sie mich nicht, Markus Lanz aus dem zweiten deutschen Fernsehen. Und er konnte oder wollte mir das einfach nicht abkaufen. Er sieht kein deutsches Fernsehen und so weiter und so fort. Und dann sagst du dir schon, jeden Abend entblöße ich mich hier vor der Kamera, mache mich, entschuldige den Ausdruck, quasi zur Nutte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und das ist der Dank dafür. Und dann habe ich auch auf Corona bei aller Liebe keinen Bock mehr. Verstehe ich total, Markus. Genau. Und deswegen kann ich deine Reaktion so nachvollziehen und dieses Gefühl der Einsamkeit in dem Moment mit sich und der Welt und dass sich jetzt viele so fühlen müssen wie du damals. Wir werden gleich mit einem Psychologen über dieses Phänomen sprechen. Aber jetzt zu Joachim Löw, der sagt wörtlich, er hätte quasi einen kollektiven Burnout erlebt. Er ist leider nur über die Webcam zugeschaltet. Hallo Löw, schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank.